Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Diesmal wird sich wieder alles rund um Joe Biden drehen. Ich habe dazu auch schon zwei Videos gemacht, die verlinke ich euch mal oben und auch in der Infobox. Schaut da also gerne rein. Also ich habe da schon viele Updates gegeben, was er bisher alles so hat veranlassen lassen seit seiner Präsidentschaft. Und ja, in diesem Video sollte sich alles ein bisschen mehr konzentrieren auf Corona. Was für Maßnahmen hat er da eingeleitet? Wie ist seine Stellung dazu allgemein? Und zum Ende hin wird es auch noch mal kurz um das Thema gehen, wie dement Biden ist. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, der erste Punkt zieht uns so ein bisschen nach Deutschland und zwar zur Münchner Sicherheitskonferenz. Auf der hat Biden nämlich bekannt gegeben, dass er eine Organisation unterstützen will. Die nennt sich COVAX. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Die sich eben dafür einsetzt, dass die Impfstoffe wirklich schnellstmöglich gerecht an Menschen auf der ganzen Welt verteilt werden können. Und er hat diese Organisation unterstützt mit zwei Milliarden Dollar Hilfe. März 2021 hat dann der US-Kongress ein Konjunkturprogramm verabschiedet, das zum großen Teil von Joe Biden mitgestaltet wurde. Und das hat insgesamt 1,9 Milliarden Dollar enthalten. Und mit diesen Hilfsmitteln oder mit diesem Geld sollen eben vor allem die Bürger der USA unterstützt werden. Das zeigt sich zum einen in einer Direktzahlung an die Bürger in Höhe von 1.400 Dollar. Zum anderen aber auch, um Corona-Tests und Corona-Impfungen garantieren zu können, um Schulen teilweise wieder öffnen zu können und auch um Arbeitslosen mehr unter die Arme zu greifen. Ja, ein weiteres wichtiges Dekret von ihm war dann allgemein, um die Corona-Pandemie ein bisschen einzuschränken, eine Maskenpflicht und zwar bundesweit für 100 Tage. Das ist sowieso in den meisten Staaten in den USA der Fall, aber eben nicht bei allen. Und er hat das eben bundesweit ausgeweitet, zumindest für diese gut drei Monate. Da war auch noch eine kleine Überraschung dabei und zwar, dass Trump und Biden zumindest so ansatzweise mal einer Meinung sind. Das bezieht sich nämlich auf den Impfstoff oder auf die verschiedenen Impfstoffe, die hier mittlerweile zugelassen sind und wo eben auch Leute hier geimpft werden. Und zwar hatte Trump schon gesagt, dass er komplett erstmal die USA versorgen will, bevor er das in Betracht zieht, die Impfstoffe, die den USA zur Verfügung stehen, auch in anderen Ländern bereitzustellen. Sogar selbst halt eben Ländern wie Kanada, wo sich das ja eigentlich anbieten würde. Und ja, hier fährt Joe Biden interessanterweise eine ähnliche Schiene. Und zwar ging es speziell nochmal um den Impfstoff von AstraZeneca, der in den USA ja nicht zugelassen ist. Ich weiß nicht, es kann echt sein, dass es, bis ich das Video hochgeladen habe, dass es dann der Fall ist. Also dann, sorry, dann schreibe ich irgendwie noch einen Kommentar runter oder so. Und auch die Firma AstraZeneca hat ja gesagt, okay, dann, wenn es bei euch eh nicht zugelassen ist, dann schickt das doch erstmal in andere Länder. Und wir garantieren euch dann, sobald es zugelassen ist, könnt ihr auch, dann versorgen wir euch wieder mit diesen Impfstoffdosen, die ihr eben jetzt woanders hingegeben habt. Also das ist von unserer Seite aus kein Problem. Da hat Joe Biden jetzt aber auch gesagt, dass er das erstmal nicht möchte. Er betrachtet das Ganze als eine Art Krieg und er möchte eben wissen, dass es den USA da gut geht und da eben so viele Menschen wie möglich geimpft werden können, bevor das an andere Länder abgetragen wird. Das Ganze wurde dann aber allerdings am 18. März 2021 etwas revidiert von seiner Pressesprecherin. Und zwar hat man gesagt, dass man zumindest jetzt dafür bereit ist, Impfstoffe abzugeben an die Nachbarländer Kanada und Mexiko. Und zwar bekommt Kanada zunächst 1,5 Millionen Impfdosen und Mexiko 2,5 Millionen Impfdosen. Die Sprecherin hat dann aber auch gleichzeitig gesagt von Mexiko, dass sie sich ein bisschen Unterstützung wünscht in Bezug auf den hohen Antrag von illegalen Einwanderern an der Grenze momentan. Ja, das ist eigentlich auch so. Das sind die größten Sachen so aus der Corona-Politik von Biden. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu dem Thema, ob Biden dement ist. Also erstmal vorab, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben. Das ist teilweise nicht mehr ganz aktuell, weil ich das halt noch vor der Präsidentschaftswahl gedreht habe. Und damals lagen uns eben ganz viele Interviews und ja, Pressetermine und so noch nicht vor. Sodass es halt teilweise wirklich ein bisschen schwierig war, weil man ihn, naja, vergleichsweise wenig irgendwie im Fernsehen gesehen hat. Er hält sich auch jetzt weiterhin so ein bisschen rar und gibt eigentlich kaum Presseinterviews oder Anfragen allgemein. Ganz vereinzelt mal, dann sind das meist vorselektierte Fragen, die er also schon gehört hat und auf die er sich vorbereiten kann. Und ich persönlich muss jetzt sagen, ich kann es wirklich schwer einschätzen. Also ich würde wirklich weder das eine noch das andere sagen. Deswegen zeige ich euch hier einfach mal ein paar Videos und ihr könnt es dann selber entscheiden. Ja, und das ist natürlich ein ganz großer Kontrast zu Donald Trump, der ja wirklich täglich Pressekonferenzen gegeben hat. Also da gab es Pressekonferenzen noch und nöcher. Aber das ist natürlich im Endeffekt auch, oder es kann zumindest auch einfach ein verschiedenartiger Stil sein. Manche mögen sowas halt, manche nicht. Also vielleicht hat er da auch seine Gründe. Kritiker sagen, auch wenn er denn mal irgendwie eine Pressekonferenz oder Sonstiges gibt, dass er dann einfach nur vom Teleprompter abliest. Ja, was jetzt auch nichts super Besonderes ist, aber da wird halt nochmal so ein bisschen impliziert, dass er es vielleicht sonst nicht hinkriegen würde, da ein paar gerade Sätze rauszubringen. Ja, und die ganz, ganz großen Kritiker von Biden sagen sogar, dass er vor der Präsidentschaftswahl mental einen wesentlich schlechteren Eindruck gemacht hat. Und die erklären sich, dass es jetzt so einigermaßen geht, dadurch, dass er eben sehr starke Medikamente bekommt, mit denen man wohl diesen Alzheimer oder die Demenz für ein paar Monate irgendwie noch aushebeln kann. Das geht irgendwie auch nicht ewig, aber ein bisschen noch. Und was sind jetzt die Punkte, die Leuten Anlass dazu geben, dass er eventuell mental nicht mehr ganz fit ist oder eben komische Statements ablässt? Da hat er sich zum Beispiel einmal zu China geäußert. Da ist es ja momentan so, dass die Ugurenminderheit verfolgt wird. Und die kanadische Regierung hat das Ganze auch schon als einen Genozid eingestuft. Und Joe Biden hat das eben, wie so auch immer, vielleicht um sich allgemein mit China ein bisschen mehr anzunähern oder vielleicht einfach auch nur verhaspelt, hat gesagt, dass das eben eher eine andere kulturelle Norm bei denen ist und dass wir als westliche Welt das quasi zu akzeptieren hätten und dass wir darüber nicht richten dürfen sollten. Was halt ja krass ist, bei einem Genozid sowas zu sagen. Das Video kann ich euch jetzt leider nicht verlinken, weil ich es zumindest nicht auf YouTube gefunden habe. Aber wenn ihr mal ein bisschen googelt oder so, findet man das auch schnell. Dann hat er gesagt, Schwarze und Hispanics seien nicht clever genug, sich online einen Termin zur Corona-Impfung geben zu lassen. Da blende ich euch einfach mal das Video ein. Aber dann hat er gesagt, dass Blacks, Hispanics und Leute in der Lande leben in der Lande leben nicht wirklich smart genug zu kommen. A lot of people don't know how to register. Not everybody in the community, in the Hispanic and the African-American community, particularly in rural areas that are distant and or inner-city districts, know how to use, know how to get online to determine, how to get in line for that COVID-Vaccination. Dann hat er auch noch behauptet, dass erst seit seinem Regierungsantritt ein Impfstoff gegen Corona vorhanden ist, was so auch nicht stimmt. Und er wurde ja am 21. Dezember bereits geimpft. Das heißt, dieses Statement war auch einfach ein bisschen verwirrend. Dann hat er Anfang März eine Rede gehalten und eigentlich sollten nach dieser Rede noch Fragen gestellt werden. Darauf haben dann eben auch viele schon gewartet, weil Biden das eben nicht alle Tage macht. Allerdings wurde dann wohl direkt nach seiner Rede das Ding total abgeschaltet und niemand wusste so wirklich, wieso, was da passiert war. Dann haben wir noch den 18. März, wo er so ein bisschen peinlich bei einer Fluggasttreppe hingeflogen ist. Ich gucke mal, ob ich da ein Bild habe. Ich denke mal, das haben die meisten wahrscheinlich auch gesehen. Dann hat er wohl noch mal irgendwann eine Rede in Texas gehalten und hat die Rede quasi so begonnen, indem er gesagt hat, What am I doing here? Da zeige ich euch auch mal hier das Video. Shirley Jackson Lee, Al Green, Silvia Garcia, Lizzie Pennelli. Und solche Videos von ihm gibt es immer mal wieder. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen rausgesucht. Ich hätte auch noch mehr nehmen können, aber es war nun wirklich eigentlich nichts dabei, wo ich so meinen Fingern in die Wunde halten kann, dass ich da jetzt wirklich konkret sagen könnte, okay, der ist dement oder sonst was. Sondern ich denke mal, es ist schon relativ normal, dass man sich halt mal verhaspelt oder irgendwie vielleicht auch mal was komplett Blödes sagt. Von daher würde ich sagen, es bleibt schon spannend. Also natürlich ist er auch nicht mehr der Jüngste. Also ich werde das Ganze auf jeden Fall weiterhin beobachten. Mich würde mal wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Weil da haben wirklich verschiedenste Leute verschiedenste Meinungen dazu. Und ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.